Windows bringt interne Tools mit, mit denen man ganz ordentliche Scans erstellen und bearbeiten kann. Das Zeugnis links habe ich ausschließlich mit Windows-Werkzeugen in eine PDF überführt. Dateigröße und Bildqualität sind okay, ein bisschen besser geht es aber noch. Hier rechts habe ich mit anderen Tools gearbeitet. Sie sehen, das Dokument ist von der Dateigröße her kleiner und wenn Sie einen guten Bildschirm haben, können Sie auch erkennen, dass die Weißwerte etwas besser sind, was ein wichtiges Kriterium ist, um beim Drucken den Tintenverbrauch zu minimieren. Trotzdem kann man mit Windows ganz vernünftig scannen, bis auf ein paar Besonderheiten, die man einfach kennen muss. Bevor ich aber in den Prozess einsteige, gebe ich kurz einen Überblick über die Tools, die wir dafür benötigen. Klar, wir brauchen ein Tool zum Scannen. Da gibt es aktuell zwei Möglichkeiten. Entweder Windows Fax und Scan. Das sieht etwas altbacken aus, ist aber mein Mittel der Wahl aufgrund der besseren Kompressions- und Kontrastwerte. Alternativ gibt es noch die Scanner-App zum kostenlosen Download im Microsoft Store. Sieht moderner aus, produziert aber etwas größere Dateien und die Kontraste sind, wie man im Beispiel sehen kann, korrekturbedürftig. Das ist auch das, was die meisten beim Scannen vergessen, das Nachbearbeiten, um die Bildqualität zu optimieren. Dazu steht uns unter Windows 10 die Foto-App zur Verfügung. Die lässt sich am schnellsten per Rechtsklick auf ein Foto starten. Und schließlich will ich meine Scans noch in eine PDF einbetten. Das ist ja das Standardformat für die Online-Bewerbung. Da ist es für den Empfänger natürlich praktisch, wenn sich alle Zeugnisse in einer PDF befinden. Das funktioniert über den integrierten Microsoft PDF-Drucker, aber leider nur mit Bilddateien. Wir können also nicht mehrere PDFs nehmen und daraus eine machen. Für so eine PDF-Verschmelzen-Funktion brauchen wir dann wirklich externe Tools, die ich noch an anderer Stelle erläutere. Abgesehen davon müssen Sie auch nicht unbedingt die Windows-Werkzeuge zum Scannen benutzen. Mit Sicherheit bringt Ihr Scanner auch eine Hersteller-Software mit. Damit kann man dann meist so ziemlich alles machen, was aber die Anwendung wiederum etwas aufbläht und in der Bedienung komplizierter macht. Von daher finde ich es gar nicht so verkehrt, mit den Windows-Tools in die Scan-Thematik einzusteigen. Die sind auf das Wesentliche reduziert und man kann sich darin relativ gut zurechtfinden. Bevor wir in der Software loslegen, müssen wir noch ein paar Schritte im Vorfeld erledigen. Klar, der Scanner muss verbunden sein, entweder per USB oder im WLAN. In der Regel muss so ein Gerät auch angeschaltet werden, bevor es von Windows erkannt werden kann. Und dann muss das Gerät natürlich auch mit den aktuellen Treibern installiert sein. In der Regel sollte sie Windows 10 da mit einer automatischen Treibersuche unterstützen. Und wenn das gegeben ist, dann müsste der Scanner normalerweise unter Windows bei den Geräten sichtbar werden. Schauen wir mal. Rechtsklick auf die Windows-Kachel, dann Einstellungen, Geräte und hier in der Übersicht kann ich meinen Scanner schon sehen. In der Kategorie Drucker und Scanner steht das auch nochmal. Und falls das Gerät bei Ihnen nicht sichtbar sein sollte, dann bitte hier nochmal die Installationsroutine neu starten, unter Drucker oder Scanner hinzufügen. Was Sie eventuell noch machen müssen, ist den Scanner zu entriegeln. Diese Vorrichtung braucht man eigentlich nur, wenn man das Gerät transportieren will. In der Regel ist das also entriegelt. Aber nur, dass Sie Bescheid wissen, mit Entriegelung würde es nicht funktionieren. Jetzt können wir mit dem eigentlichen Scan-Vorgang beginnen. Das heißt, Sie legen das Blatt auf die Glasfläche und zwar mit der bedruckten Seite nach unten und mit der Ecke möglichst bündig an die Pfeilmarkierung am Gehäuse. Hier geht es darum, dass Sie das Blatt möglichst gerade platzieren. Das macht uns dann hinterher weniger Probleme mit schwarzen Rändern oder mit einer Schräglage. Ja, dann Deckel schließen und wir wechseln in das Scan-Programm. Unter Windows steht uns da werkseitig die App Fax und Scan zur Verfügung. Da brauchen Sie nur mal im Suchfeld Scan eingeben und dann können Sie die App direkt öffnen. Die App selbst wirkt von der Oberfläche ein bisschen alt backen. Sieht eher so nach Windows 7 aus. Kann auch gut sein, dass die App über kurz oder lang aus Windows ganz verschwindet. Kann man nie genau wissen. Im Microsoft Store steht mittlerweile auch eine kostenlose Alternative bereit. Da gehe ich aber erst im zweiten Teil dieses Tutorials drauf ein. Ich befasse mich erst mal mit der hier. Um einen Scan-Vorgang zu beginnen, gehen wir hier oben auf Neuer Scan. Im Dialog können Sie oben Ihre Scan-Geräte erkennen und auswählen. Ich habe nur eins. Als Profil wähle ich Dokumente. Quelle bleibt so. Als Farbformat nehme ich Graustufe. Das wird bei den Dokumenten schon automatisch gewählt. Schwarz und Weiß ist qualitativ zu schlecht und Farbe wäre für Schriftdokumente einfach nur verschenkter Speicherplatz. Beim Dateiformat ist es leider so, dass hier das PDF-Format nicht unterstützt wird. Aber das ist nicht weiter tragisch, weil wir die Bilddateien auch später noch in eine PDF umwandeln können. Ich wähle daher das JPEG-Format. Das hat die beste Kompressionsrate und erzeugt die kleinsten Dateien. Als Auflösung sind 300 dpi als Standardeinstellung schon okay. Mein Dokument habe ich jetzt schon mal auf der Glasoberfläche platziert. Ich kann also schon mal die Vorschau starten. Wir sehen, da tut sich schon was. Aber das ist noch nicht der eigentliche Scan-Vorgang, sondern hier haben wir zunächst die Möglichkeit, noch ein paar Feineinstellungen vorzunehmen. Wenn Sie die Auswahl hier verkleinern, dann wird der Scan auch nur diesen Bereich umfassen. Das macht jetzt hier keinen großen Unterschied. Aber manchmal entstehen am Rand so schwarze Ränder, die man damit beschneiden kann. Hier an der Stelle können Sie es so lassen. Da gibt es noch Möglichkeiten zur Nachbearbeitung. Aus der Vorschau erschließt sich uns nun folgendes. Das weiß des Papiers ist leider nicht ganz weiß und das Schriftschwarz ist leider auch nur dunkelgrau. Der Kontrast ist also ziemlich schwach. Und um das zu verbessern, stehen hier unten die Schieberegler zur Verfügung. Leider ist das keine Live-Vorschau. Hier ändert sich am Bild nichts, wenn ich die Regler bewege. Das heißt, wir müssen nach jeder Einstellung einen neuen Vorschau-Scan durchführen, um den Effekt zu sehen. Das ist ziemlich nervig, aber sei es drum. Das stelle ich mal zurück. Und hier bei Kontrast trage ich mal 40 ein. Dann noch ein Vorschau-Scan zur Kontrolle. Ja gut, jetzt sieht es ein bisschen besser aus. Und mit diesen Einstellungen führe ich jetzt den eigentlichen Scan-Vorgang durch. Ich gehe also auf Scannen. Dann erscheint hier das Ergebnis mit einer Datei-Vorschau. Mein Scan ist jetzt schon gespeichert worden und zwar unter folgendem Pfad. Hier im Explorer unter Dokumente. Der Ordner gescannte Dokumente. Und hier ist es. Das Bild mache ich mal mit einem Doppelklick auf. Erstmal rüberziehen. Ja und da sehe ich, huch, da ist ja doch noch ein schwarzer Rand. Oben und auf der linken Seite. Macht aber nichts. Dann machen wir einfach einen Rechtsklick auf das Bild. Gehen auf Bearbeiten. Und dann kommen wir in die Foto-App von Windows. Die lässt sich auch aus dem Explorer heraus starten. Deswegen mache ich die nochmal zu. Und dann mache ich im Explorer auch einen Rechtsklick auf die Bilddatei. Und gehe dann, Achtung, nicht auf Bearbeiten, sondern auf mit Fotos bearbeiten. Damit landen wir wieder in der Foto-App. Ja, dann passen wir das nach unseren Erfordernissen an. Das Zuschneiden erledige ich über diese Ankerpunkte, beziehungsweise diese Doppelpfeile, die an der Bildkante erscheinen. Hier will ich nicht zu viel wegnehmen, nur gerade so viel, dass der schwarze Rand weg ist. Was ich jetzt noch mache, ist unter Filter Foto verbessern. Einfach hier oben in das Feld klicken. Damit verbessern wir den Kontrast. Die Schrift sieht dann nicht mehr so grau aus, sondern ein bisschen satter. Und schließlich gehen wir auf Kopie speichern. Speicherort bleibt gleich. Den Dateinamen werde ich allerdings ändern, damit das Original nicht überschrieben wird. Dann auf Speichern. Und mir wird automatisch das neue Bild geöffnet. Zum Vergleich schließe ich das nochmal und mache das Alte auf. Neu, Alt, Neu, Alt, Neu. Wir werfen kurz mal einen Blick auf die Dateigrößen. Die müssen wir natürlich immer im Blick behalten, weil ja unsere Online-Bewerbung insgesamt Pi mal Daumen nicht größer als 3 MB sein sollte. Und wenn wir die Datei markiert haben, können wir unten in der Fensterleiste die Dateigröße einsehen. Vorher waren es 300 KB, jetzt sind es um die 600 KB. Das ist okay, auch wenn es mehr geworden ist. Aber wir warten mal ab, wie es aussieht, wenn wir eine PDF draus gemacht haben. Das mit der PDF kriegen wir in Windows über die Drucken-Option hin. Also rechtsklick auf das Dokument und dann drucken. Als Drucker wähle ich Microsoft Print to PDF. Den Rest lasse ich so. Dann vergebe ich hier wieder einen Dateinamen. Ich mache mal 1 für das erste Bild. Und wir sehen, die erste PDF wurde erzeugt. Für die zweite Datei mache ich das jetzt analog. Drucken. 2. Und fertig. Und jetzt schaue ich mir auch hier nochmal die Dateigrößen an. Naja, es nimmt sich nicht viel. Am Ende muss man schon so mit 500 KB rechnen pro A4-Seite. Das ist normal und in den meisten Fällen auch ausreichend. Wer tatsächlich weniger braucht, der kann die Dateien mit speziellen Tools noch komprimieren. Damit lässt sich dann die Dateigröße nochmal um gut zwei Drittel verringern. Auf 100 bis 200 KB. Das werde ich aber nochmal in einem separaten Folge-Tutorial aufgreifen. Wenn Sie jetzt mehrere Dokumente in eine PDF einbetten möchten, dann geht das auch mit Windows-Board-Mitteln. Und zwar indem Sie die entsprechenden Bilddateien vorher markieren und dann auf Drucken gehen. Und dann kriegt man tatsächlich mehrere Seiten hier in die Druckoption. Hat Jahre gedauert, bis ich das rausgefunden habe. Danke Microsoft für dieses unfreiwillige Easter Egg. Was hier leider noch nicht so komfortabel ist, ist die Festlegung der Dokument-Reihenfolge. Einige Zeugnisse haben ja auch eine zweite oder eine dritte Seite. Das lässt sich hier aber nicht so einfach verändern. Daher empfehle ich Ihnen folgendes. Sie bezeichnen die Dateien in alphabetischer oder numerischer Reihenfolge. Zum Beispiel mit 1 und 2. Dann Rechtsklick in die freie Fläche. Sortieren nach. Und wir wählen Name. Das ist jetzt schon bei mir angewählt. Wenn ich nochmal draufklicke, dann kehrt er die Reihenfolge einfach um. Also absteigend vom größten zum kleinsten. Ich hätte es gern aufsteigend. Mitte 1 beginnt. Also mache ich es gerade nochmal. Danach markiere ich alle Dateien, die in die PDF integriert werden sollen. Das mache ich hier mit gedrückter Steuerung-Taste. Das Bild hier nehme ich mal mit rein. Und dann, Achtung wichtig, wähle ich die Druckenoptionen aus dem Freigeben-Register. Also nicht per Rechtsklick auf eine Datei, sondern hier oben aus dem Menü. Einfach deswegen, weil es mir sonst die Reihenfolge zerschießen kann. Hier haben wir jetzt drei Dateien drin. Und wir gucken nochmal genau. Das ist die 1, dann die 2, dann das Bild. Und wenn ich das jetzt andererseits über das Kontextmenü mache und ich klicke auf das letzte Bild, dann verändert sich die Reihenfolge dahingehend, dass die Datei, die Sie rechts geklickt haben, als erstes an den Druckdialog übergeben wird. In diesem Falle ist das das Blumenbild und die anderen folgen dann in der namentlichen Reihenfolge. Also bleiben wir der Einfachheit halber lieber hier oben und stellen mal eine zusammenhängende PDF her. Das funktioniert. Ist natürlich von der Usability her nicht besonders schön. Mit anderen Tools funktioniert das Sortieren wesentlich bequemer. Dazu aber mehr in einem anderen Video. Was ich Ihnen hier noch zeigen möchte, ist eine alternative Scan-Funktion in Windows. Manchmal ist es ja ganz gut, auf Alternativen zurückgreifen zu können. Mir ging es beispielsweise schon so, dass mein Scanner unter Scan und Fax nicht erkannt wurde. Aber in der Scanner-App von Windows. Und diese Scanner-App ist momentan nicht werkseitig in Windows enthalten. Aber man kann sie kostenlos über den Microsoft Store herunterladen und installieren. Und danach kann man die App einfach über die Suchfunktion starten. An der Oberfläche kann man schon sehen, dass die Einstellmöglichkeiten sehr rudimentär gehalten sind. Für weitere Einstellmöglichkeiten kann ich das hier immerhin erweitern. Als Dateityp steht mir hier zwar das PDF-Format zur Verfügung. Ich werde es aber trotzdem nicht wählen. Bleib bei dem JPEG-Format und sag auch gleich warum. Als Farbmodus wähle ich für mein Dokument wieder Graustufen. Als Auflösung 300dpi Standard. Und gespeichert wird das Ganze im Ordner Scans. Das ist jetzt allerdings woanders als bei Fax und Scannen. Im Explorer finden Sie das wie folgt. Und unter Bilder. Dann Scans. Und bei mir ist der Ordner noch leer. Dann starte ich wieder eine Vorschau. Und ich benutze die Zuschneiden-Funktion, um zum Beispiel schwarze Ränder auszusparen. Was ich hier leider nicht habe, ist eine Regulierungsmöglichkeit für den Kontrast. Obwohl wir das hier bitter nötig hätten. Die Schrift ist hier wirklich ziemlich grau. Aber wir haben ja unsere Windows-Tools zur Bildbearbeitung. Und genau deswegen habe ich mich auch für das JPEG-Format entschieden. Das ist ein Bildformat. Und nur damit habe ich die Möglichkeit, überhaupt in die Bildbearbeitung zu gelangen. Mit dem PDF-Format geht das leider nicht. Und mit diesen Einstellungen führe ich also den Scan durch. Datei erstellt. Die könnte ich mir auch gleich anzeigen lassen. Ich gucke gerade noch mal im Explorer. Hier im Ordner Scans. Bilddatei ist vorhanden. Und die schaue ich mir jetzt an. Auch hier sehe ich wieder schwarze Ränder. Wir bearbeiten das also noch ein wenig nach. Per Rechtsklick auf das Bild wähle ich mit Fotos bearbeiten. Leider ist der Hintergrund hier ziemlich dunkel. Deswegen kontrolliere ich das Ganze gerne vorher in der Bildbetrachtung. Weil ich dann die schwarzen Ränder besser erkennen kann. Das nur ganz kurz nebenbei. Also zurück zur Foto-App. Und hier schneide ich also wieder zu. Rotieren könnte ich das Bild auch. Aber das brauche ich nur, wenn das Blatt schief auf dem Scanner lag. Ist hier nicht der Fall. Und deswegen gehe ich direkt unter Filter und verbessere die Kontrastwerte. Und ich speichere eine Kopie. Das Ergebnis wird auch gleich angezeigt. Für den Vorher-Nachher-Vergleich muss ich das allerdings nochmal öffnen. Wir vergleichen auch mal das Resultat zum Windows-Fax und Scan. Dazu kopiere ich den nachgebesserten Scan von vorhin schnell mal in den aktuellen Ordner. STRG-C zum Kopieren. Und STRG-V zum Einfügen. Und jetzt vergleichen wir mal. Ne, ich muss es wieder neu öffnen. Sonst registriert er das neue Bild nicht. Das ist das Aktuelle. Das war das Original. Und jetzt zum Vergleich das Ergebnis aus Fax und Scan. Scanner-App. Fax und Scan. Scanner-App. Fax und Scan. Scanner-App. Wir sehen, dass die Kontraste aus Fax und Scan schon ein bisschen besser sind. Insbesondere die Weißwerte. Macht aber nichts. Was man an der Stelle jetzt noch machen kann, ist einen zweiten Bearbeitungsdurchgang anzuschließen. Diesmal machen wir den Rechtsklick direkt hier. Dann unter Bearbeiten und Erstellen. Bearbeiten. Und da gehen wir dann unter Anpassungen. Verstärken hier die Lichter. Das heißt, wir ziehen die Helligkeit hoch. Und danach heben wir nochmal den Kontrast an mit Filter. Foto verbessern. Und jetzt speichere ich mal direkt drüber. Ja, das ist besser. Das ist die Scanner-App. Das war Fax und Scan. Das ist die Scanner-App. Nicht irritieren lassen, wenn der Kontrast hier so umspringt. Irgendwie braucht er eine Weile, um die Filter anzuwenden. Der Unterschied ist hier nicht mehr groß. Wir sehen aber auch, dass wir es nicht komplett weiß kriegen. Da stößt man mit den Bordmitteln von Windows einfach an Grenzen. Wer da noch einen Schritt weiter gehen möchte, dem stelle ich später noch Tools vor, die das besser können. Und ebenfalls kostenlos sind. Soweit erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Für alles weitere Gutes gelingen und viel Erfolg.